Was ist gesund zu ernähren und vital sein, ist für die meisten Mitarbeiter ein sehr grosses Bedürfnis. Leider ist der Zeitmangel und auch die Unwissenheit ein Problem für die Mitarbeiter, wo sie es nicht ganz so umsetzen können, wie sie es sich vielleicht vorgestellt haben. Das individuelle Coaching ist auf das ausgerichtet, dass man mit den Mitarbeitern die Ziele und die Bedürfnisse sehr gut abdecken kann und bereits im Vorfeld mit den Nährungsplänen so arbeiten kann, dass man keine Zeit für Leute und vor allem sie sehr schnell auch Resultate sehen kann.